Bäm, 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 bäm. Da, du, den, den, da, da, du. Hast du noch Fragen hier hinzu? Ja. Sehr komplex. Wo sind die Missionen? Was machen wir jetzt? Das ist meine Frage. Hier, das ist mein Auto, schau her. Ernsthaft? Das ist ja wie Saints Row erinnert mich das bisschen, ne? Du darfst zweitens. Äh, warte, ich interagiere kurz. Zaki, zaki, mit pinken Autos. Da kann ich am besten mitfahren. Wohin müssen wir überhaupt? Kannst du mal so einen Wegpunkt setzen? Ja, zu Mission. Zu welcher Mission? Warte mal. Das ist die Capture, 250 Meter. Äh, warte mal, warte mal. Das ist pink, äh. Bei mir ist es pink. Warum ist alles pink hier? Oh Gott. Warte mal. Du fährst, ja fährst von mir. Ah, da ist sie genau. Ich kann nicht mehr aufhören, meine Zunge klebt werden. Woran denn bitte? Am Kaugummi da unten? Ich hab dir gesagt, klebst da nicht hin. Was denn, du hast gesagt, da ist, was zwischen den Beinen gibt. Oh, was? Könntest du nicht gehen? Unschuldige töten gibt keine Bonuspunkte. Ja, es ruckelt ein wenig, äh. Ruckelt es bei dir gar nicht? Nein. Weil bei mir ruckelt es ein wenig. Äh, besser einen PC kaufen, ja. So, ich steig raus und geh den Rest zu Fuß. Was ist denn? Bleib hier! Nein. Da ist doch hier die Mission. Da. Capture. Du musst entweder verhindern, dass die Verstrecker den Koffer füllen. Nein. Du hast das. Okay. Die töten, die versuchen ihn zu bekommen. Alles klar. Warte, vier von 120. Nein! Was ist passiert? Killed bei Daredevil. Da hinten ist ein Sniper. Wo? Hinten? Da, äh, wo die Schüsse herkommen. Folgt deinen Schüssen einfach. Ach so, die Schüsse. Ja. Da ist er doch. Da, da. Dein Freund von irgendwo. Wir müssen schauen, dass das Ganze blau wird. Oh, shit. Er kommt näher. Er holt sich den Koffer hier. Nee, ich bin doch beim Koffer. Rechts, Pudel. Rechts von dir. Da drin ist der. Hä, wo ist denn der denn? Da ist er doch von hinten. Ich hab ihn. Nein, oder nicht? Da ist der andere noch. Und ich hab ihn, der anderen. Oh Gott. Tu was dagegen. Tu ich. Ich ruckel mich gerade durch hier. Weg, 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 weg. Ach. Zu wichtig. Oh Gott. Granate, granate. Vorsicht. Idiot. Wieder down. Wir haben noch eine Minute. Eine Minute halten. Okay, alles klar. Hast du auch Granaten? Nee, wie geht das? Mit Ging? Ich denke. Du bist nicht mit Granaten ausgerüstet. Ich denke mal, ich bin nicht mit Granaten ausgerüstet. Okay. Ja, das bekommst du wahrscheinlich erst nach dem Tutorial. Ach so, okay. Oh, da sind die, da sind die, da sind die. Hast du Granate geworfen? Ja. Oh, Baby. Nice. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, oder? Au. Ja. Wir haben es geschafft. Möglicherweise. Okay, Quartum, es läuft wieder bei mir. Nimmst du auf? Ja. Genau. Also, ich nehme dann auch nur dich Sinn, wo wir drüber diskutieren, dass es bei mir nicht läuft. Ja, nee, natürlich. Das ist... Du müsstest mal so einen Fehler machen, mit genau das, was du wegschneiden lässt. Genau. Was ist denn mit dem hier los? Oh, Baby. Hey. Nice. Hallo, hey, ich bin mitfahren. Komm. Hey, hey, du. Oh Gott, ich habe auf ihn geschossen. Zurück. Was macht der? Weiß ich nicht, ich wollte ihn erschießen und vielleicht hat er es mir übel genommen. Das ist Security, aber das ist doch Kriminelle, oder? Eigentlich schon, ja. Da kommt ja sofort wieder König hier von ABP Reloaded. Oh, Mann. Die Gegner haben ihr Ziel erreicht. Sie sind jetzt in Phase 4. Oh, nein. Quantum. Phase 4. Die sind in Phase 4, Mann. Was heißt das? Vorsicht. Okay. Beide Lieferungen müssen wir verhindern. Ach Gott, ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib Gumi. Au. Nein. Ja, 43 Meter, komm, ich denke aus. Aber die sind schon da hinten wahrscheinlich. Wissen wir noch nicht. Go, go, go. Der Typ mit der Musik verfolgt uns. Das ist ein bisschen gruselig, wenn du plötzlich da... Okay, 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 okay. Oh, die sind schon hier, oder? Das war doch der Typ hier. Weiß ich nicht. Na, wer ist das? Oh Gott, wer ist das? Wieso kannst du mich schießen? Ähm. Der kann gar nicht auf mich schießen. Was ist mit dem... Nee, der kann gar nicht auf dich schießen. Keine Ahnung. Der hat mir alles gemacht. Meine Güte, der schreckt mich hier. Was macht der Typ? Keine Ahnung, und die Musik hier... Da hinten sind sie. Au, sie, au, sie. Vielleicht gehört er zu uns. Siehst du sie, die roten Namen? Ja. Mach sie rot mit Blut, aber... Ja. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Wie fällt denn der aus? So viel, mein Freund. Die Musik stört. Oh Mann, ich hab gleich keine Munition mehr. Shit. Wir hätten vorher einkaufen gehen sollen nicht. Yes. Hab ihn erledigt. Alles cool. Das Stück. Alles cool. Die Musik kann man das ausstellen hier. Ich fahr jetzt einfach damit weg. Fertig. Hab' er Pech gehabt. Au, 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 au. Da hinten, da hinten ist der. Da hinten ist wo? Hier hinten ist der. Hier. Töt' den, mach ihn kalt. Nutz ihn ab. Ja, warte, 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 warte. Dräng ihn unter die... Das ist er doch hier. Töt' ihn mal. Die Schachtrunde. Ja, erledigt. Zack. Sehr gut. Hat er sich versteckt. Sagt nicht, er parkt schon wieder da. Hör auf damit. Kannst du Spanisch oder so? No, no, musico. Ah, sie sind schon wieder dort auf der Seite. Ich hab' nur noch 30 Schacht. No. No? No, Signore. No, Signore. No, fucking... No, musico. Uno, gameo. Uni, gamea. Gamea. Uno, gamea. Na, ernsthaft? Die Musik ist doch voll gamea geschützt, oder nicht? Keine Ahnung. Die ist natürlich gamea geschützt. Wie kann ich denn die Musik hier ausmachen? Gibt's nicht? Oh, da kommt er mit dem Auto wieder. Aber ich steh hier rum. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. So, dann geht er weg. Gibt's ja nicht. Gut. Dahinten kannst du bleiben. Kann ich eher? Ah, ja, die denken, wir sehen die nicht. Au, au, au! Uh, der hat mich erwischt. Wo? Ah, da hinten links ist auch einer. Links und rechts sind die. Granaten habe ich auch nicht. Die sind ja voll aufgetüftelt. Links und rechts. Ja. Das ist schon gut durchdacht, Mann. Ja, also da. Die haben sich was überlegt dabei. Warum rennen wir zu denen hin? Ich habe keine Munition. Gibt es andere Waffen? Eben. Ich meine, du kannst sie in so Automaten Munitionen kaufen. Okay, wo sind die hier? Na, puh. Wenn du die Map aufmachst, kannst du irgendwie die Markierung in der Hand sein lassen. Frag mich jetzt nicht. Okay. Ich habe ihn aber erledigt. Du Stück, du. Ist noch einer drin? Bist du da hinten oder was? Ich schmeiße jetzt nicht. Na, du hier rein! Ich habe keine Munition mehr. Okay. Gibt es denn einen Nahkampf oder sowas? Pistole. Guck mal, ich kann die Munition nehmen. Nice. Kaufen. Wie, wo, wo, was? Wo, wie, wo? 25 Dollar hat das gekauft. Habe ich jetzt echtes Geld benutzt? Ja, bei denen hier drüben. Ist da drüben bei dem Police Department oder was? Ja, ja, wo die hier sind. Die parken hier genau vor uns. Okay, warte, 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 warte. Die wissen jetzt, dass du da alleine bist. Ne, der andere ist auch noch hier. Das Stück an den Pudel. Das Stück an den Pudel. Er starb am Pudel. Gut, der andere hat mich geholfen. Aber. Okay. Das war eindeutig meine Vollstreckermunition. Scheiße, da hinten links kommt auch einer. Ha! Wir haben es geschafft, oder? Was? Ich habe ein Belohnungspaket per E-Mail bekommen. Nice! Random Reward. Einfache Flamme. Eins. Krass. Ist das jetzt so ein Magier oder sowas? Der ist schon wieder hier mit Musik aufgetaucht. Die sind bei den Fantastischen Vier? Oder sowas? Die Fantastischen Vier? Bei der Rap-Gruppe? Marvel. Ach, so. Wo ist denn jetzt dieser Automat? Ähm, da drüben, wo die war. Ach, du folgst mir die ganze Zeit. Ja, weil ich ja nicht weiß, wo der Automat ist. Warte mal, hier drüben, warte. Hüpf. Und jetzt hier. Hüpf. Hüpf. Muss man hüpfen, oder? Ja, ist der Automat. Hier ist der. Ja, ja. Ja, bist du bereit für die nächste Mission, oder was? Ja, selbstverständlich bin ich bereit. Wir machen hier Ratze, Patze, Matze, Matze. Ratze, Blitze, Kacke. Zitze, Putze. Zitze? Sag jetzt nichts über Zitze. Ähm, wir müssen jetzt auf jeden Fall bewachen. Da hinten, guck. Dann, mir soll aussteigen hier. Achso. Auf geht's los. Ich bin eingestiegen. Achso, mach verwirren. Ja. Auf geht's zum Ziel. Natürlich fährst du hier lang. Ja, natürlich. Das ist eine Abkürzung. Siehst du? Ich bin fast durch den Boden geglitscht. So. Da. Pass auf, da ist doch einer vor dir. Wo? Direkt vor dir, Mann. Ich bin zurückgelaufen, und deswegen war er hinter mir. Und du sagst, er ist vor mir. Deswegen war ich verwirrt. Hättest du gesagt, dass ich zurückgelaufen bin, auf dich zu, und dass er hinter mir ist, wäre es klar gewesen. Versteht du? Dann kauf dir doch mal für 30 Dollar den Rückspiegel, den du dir ins Ohr hängen kannst. Wäre vielleicht ganz gut. Warte mal, hier bewachen, aber was? Ach, da oben bewachen. Ich hab meine Augen offen, ey. Ich hab meine Augen offen, ey. Wenn hier einer kommt. Schöne Einkaufsmusik, während du hier unterwegs bist. Bist du also noch an der Stelle, wo ich gestorben bin? Ja, nur weiter oben. Da, wo ich hin muss. Ich seh dich auch doch. Du siehst mich auch. Ich seh dich nicht. Natürlich siehst du mich. Wo ist das Stück? Mach doch den Namen. Ich, da sind so viele komische Zeichen. Ich seh gar nichts gerade. Bewachen, 40 Meter, das Stück. Hier war ja was. Kann ich hier durchlaufen? Oh Gott, das bist du. Hi, genau hier bist du gestorben. Okay, dann müssen wir oben jetzt bewachen, oder was? Ja, hier oben müssen wir bewachen. Ah, hier hackt sich rein. Guck mal, da geh ich einfach kurz weg und schon ist es gehackt. Toll, Quantum. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Quantum. Ah, es steht noch bewachender. Uh, wenn wir das versauen, dann äh... Ich stand hier gerade 20 Minuten, ungelogen. Und hab gewartet, bis du hier ankommst. Nichts passiert. Und dann geh ich kurz weg. Und da kommt sie rausgebrochen plötzlich. Woh, die kommen, sie sind bei den Stufen. Stufen. Wo, 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 welche Stufen? Dort, wo ich stehe. Dort, wo ich stehe. Dort, wo ich stehe. Noch eine Minute. Hochgelaufen. Er ist da. Einer ist down. Das ist noch ein, noch ein. Wo ist sie dir? Ist down. Sehr gut. Holy moly. Blitzkrieg, hab ich was? Wow. Da sind die doch schon. Wo sind sie? Was ist da? Da, schon tot. Bam, die haben es nicht geschafft. Easy peasy. Auf geht's, nächste Mission. Wahnsinn. Wir haben hier Scores ohne Ende.